Ich habe von meinen Eltern hier den Betrieb übernommen, das reiste auch im Wetterkampf. In welchem Moment ich stolz bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das überhaupt gemacht habe mit 25. Dass meine Eltern hier sind, dass sie eine super Familie im Zusammenhalt haben. Ich habe aus einer Kneipe quasi ein Restaurant gemacht. Man wusste auch nicht, wie klappt das? Geht's gut? Geht's nicht gut? Viele denken immer, ach, so ein bisschen Kellnern. Aber das ganze Drumherum. Der Raum muss eingedeckt werden, Buchhaltung muss gemacht werden, man muss zum Floristen. Das muss ja alles gemacht werden. Die Ideen für frische Produkte, dass ich das reingebracht habe, das kommt daher, weil ich Viktoria bin. Demnach habe ich auch die Speisekarte verändert. Mein nächstes Ziel ist ein neues Kassensystem. Der Baum kommt direkt an, wo das dann halt auch hergerichtet wird. Man muss dann nicht extra noch überall hinlaufen. Die Arbeitswege kann man sparen. Es wird immer mehr, es wird immer voller. Das macht mich natürlich glücklich. Ich bin Christa und ich möchte unseren Familienbetrieb digitalisieren. Also dazu zurück重enseln musste verschwenden긴. In jedem fall weiter und so weiter. Sperrs es muss schnell Anschaffens créhmer sein. auf dem die Sch Stimmen. Das Gauchert wird immer noch watershed undพ Rs.